Was geht Leute, wir sind jetzt zurück bei einer weiteren Folge Punch Club Äh, was soll ich sagen Achja, äh Letzten Jahr kamen nicht wirklich viel, weil wegen Müde, ich war von der Arbeit fertig und ja Mal kriegen wir schon wieder alles in Haufen Ich bin jetzt ja dabei am Produ... dabei zu produzieren, Junge Ich glaube mit R3 kann man sogar den Kampf schnell machen, RT, okay Nice Ja Hey, guck da kannst du mir helfen Oh Auf geht's Komm, komm Gib ihm los, schaffst du es Mehr Brokkoli, komm Brokkoli, ah, du Lappen, du Lauch Schäm dich Du kannst viel gut... Danke, ich hab dich drin linke, du kannst viel gut kämpfen Ja, die linke, ich bin dich wirklich ganz gut Du wirst in Lappen Dann sollte ich das hier, sollte dich das hier interessieren Das ist ein Lagerhaus Weißt du, was über die offizielle Ultimate Fight? Hehehe 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 mit uns Nice Okay, es gibt nur Geschwindigkeiten Ich will keinen Sinn geschickt, aber ich muss ihn hochbekommen, damit das nicht gleich bei jedem Tag immer runter geht Und ich hab wieder keinen Timer gestellt Ja, Moin Hey, sollst du es weiter trainieren? Achso, oh, ne, doch nicht Lass das, lass das, lass das, lass das, lass die, geh weg, geh weg, ah Nice Hi, ich hörte, du organisierst euch mit Falsch, stimmt das? Hm, du siehst nicht aus wie ein Polizist, also ja Dann bin ich dabei Okay, aber wir kämpfen nicht die Hintergrund, unsere Kämpfe sind richtig gefährlich Na, wir sind auch zu lappenhaft Oh, komm schon, Digga Ach, komm schon, Digga Ach, weiß ich, weißt du völlig durcheinander Lass mich raten, du wurdest ausgeraubt Nicht wirklich, aber ein paar Kartons fehlen Und eine Koffe mit Timmersting ist daran schuld Ja, woher wusstest du das? Hast du irgendwas damit zu tun? Nein, 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 überhaupt nicht, aber ich habe da diesen Koffer Schau, ey, es ist so kompliziert, das zu erklären, aber sowas würde ich niemals tun Hm, in Ordnung, aber du verstehst, dass ich dich im Auge walten werde Okay 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 Ich glaube, ich werde das nicht mal durchdessen, weil mir gehen die Stimmen aus Ich glaube, ich werde das nicht mal durchdessen, weil mir gehen die Stimmen aus Okay Oh, wir sind pleite. Geil, einen Tag können wir noch... Obwohl, nee. Ich muss arbeiten, ich brauch ja... Geld für die Handpads und so. Reicht der Fuffy eigentlich schon, oder? Ja, sollte reichen. Sehr schön. Wir müssen echt wieder arbeiten, wir brauchen Kohle. Ja, sollte reichen. Ja, sollte reichen. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute, wir können jetzt Sportgeräte kaufen. Wir müssen eben hier was Fitnessstudio bezahlen. Wow, sag los, wir können jetzt... Ja, geil. Okay, wir brauchen Geld, wir müssen jetzt arbeiten gehen. Das steht fest, wir müssen arbeiten gehen. Okay, wir müssen hier... Ja, wir müssen hier... Ja, wir müssen... Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen Geld. Hier geht schneller Zeit. Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen... Ja... Ja, wir brauchen... Auf... Auf... Ja, wir brauchen klatschen. Die, 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 die,... Den Spaß! Und unsere Bärte fallen. Ah, ich wollte noch ein bisschen Geld verdienen. Was kostet denn hier was? Oh man, ey. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich muss jetzt den hohen Schlag holen, das ist ein aktives Talent. Boah, 6. Haha. Neues Fleisch holen und ab nach Hause. Also. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. Macht's gut, macht's besser, ciao mit V.